Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel bei LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zesterea. In der letzten Folge haben wir die, was weiß ich, wie die Dinger nochmal hießen, Ruinen abgeschlossen. Ein Miniboss erledigt, dann sind wir in den Ahren durchgegangen und haben den Miniboss erledigt. Möner weniger. Ich hab den jetzt auf einen niedrigen Schwierigkeitsgrad zusammengestampft. Los hat es trotzdem irgendwie geschafft, mitten im Kampf zu sterben. Ich weiß nicht, wie die abmacht. Die haben höhere Verteidigung als Zorea, also... Und, ja. Wir sind in den Tintagel-Ruinen gegangen und haben herausgefunden, dass alles ein bitteres Ende genommen hat für diese Kinder. Also, ja. So, letzter Miniboss. Hoffentlich. Machen wir dich platt. Bitte. Engel. Du bist gelähmt. Level 89. Einfällig gegen körperlich. Okay. Ich mag körperlich. Heiligus, was ist eigentlich mit der los? Weiß nicht, wie die halt macht. Verdammt. Kann ich viel gemacht. Ob ich steuere, nächstes Mal los. Au, wat? Ich werde ich in dem Fall auch noch schaffen, ne? Sag ich dir, auuutsch! Oh, man. So, das machen wir ganz schnell nochmal. Nur mit alles, Tyler, diesmal. Oh, mein Gott. Lief so gut. Warum laufen die Kämpfe immer so gut am Anfang und am Ende kriege ich wir auch gefrisst, ey? Mann. Hm, Mann. So. Nochmal. Weil mit Einschlag macht ihr uns fertig. Na, mach mal das hier. Hätte ich gerne wieder gelebt. Oh, mein. Ach, toll, die ist jetzt... Boah. Oh, das hat vier abgezogen, dafür hat... Oh, nee, alles, Tyler, war noch ein Schatt. Tief, stimmt. Ja, auf mich los, los. Komm schon, ich bleib dich wie blöd an, komm, geh auf mich los. Die Bosse, die geht aber auch nicht auf mich los, hab ich ja gefühlt manchmal. Oh, nein, ich bin tot. Ich bin nur halt eingesetzt, auf mich. Ja, ne? Gegensatz zu euch, ich weiß nicht, wie man überlebt. Nein, aber ich nicht. Na, gar nicht. Ja. Anfangen. Alles andere, da möchte ich aber auch schaffen. Oh, Mann. Oh, warte. Nein. Heilung. Warum krieg ich jetzt kein Treffer mehr rein? Da ist nicht so schnell an, kann er sein. Oh, komm her. Oh, Mann, was machst du da? So ein Sprung in kleine Fenstle-Style-Arbeit. Mal schauen. Oh, da ist immer noch 7000. Mal schauen. Warum machst du immer noch so viel? an meine kugel waren das jetzt alle waren jetzt alle glaube ich ja 96 herausforderungen so ich weiß nicht was die damit meint aber wir haben jetzt alle anscheinend erledigt ha 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 durch mal jetzt an die kapieber war ich wie viel davon alles habe durch die dinge ist ja durch diese gut gemacht haben wir alle erledigt noch ich habe ich habe ich habe ich habe Das ist schon mal ein Wohlfalt von Schnapp. Aber warum hast du das so gemacht? Ich habe eine Art von der Jäu-Ma-Innen für den Jäu-Ma-Innen geholfen. Man kann nicht mehr die Jäu-Ma-Innen haben, sondern nicht mehr. Es gab viele Menschen von Jäu-Ma und Jäu-Ma-Innen zu sehen. Man kann sich die Jäu-Ma-Innen von den Jäu-Ma-Innen von den Jäu-Ma-Innen auswählen. Das heißt, die Behandlung der Jäu-Ma-Innen ist, um den Kuh zu erhöhen. Aber man kann auch die Jäu-Ma-Innen für die Jäu-Ma-Innen. Was sitzt? Ich bin auch für die Jäu-Ma-Innen. Ich bin auch für die Jäu-Ma-Innen. Das ist ja auch für die Jäu-Ma-Innen. Das ist ja Herr Schettland, das ist natürlich bist du da. Mann, das weiß ich kann ja nicht rennen. So, haben wir alle Miniboss erledigt, geil. Alle waren am Leben, ausnahmsweise. Sehr gut. Dann können wir mit der Story weiter machen. Oder? Schmelztiegel habe ich alle gemacht. Ich habe jetzt nochmal alle gemacht. Und ja, scheint nichts zu passieren. Also, weißt du irgendwas, was ich nicht weiß oder was? Das schafft man noch nicht. Eisen nehme ich mal an, schafft man auch noch nicht. Er war, als ich das letzte Mal begegnet bin, glaube ich, 114. Dann bin ich noch 114 irgendwie sowas. Wenn man den Partner irgendwie nachguckt. Und ja. Du musst mal eine passende Art Tiere wieder anziehen. Weil wir sind ja das Zeug. Da müssen wir ja normal gekleidet sein. Sag ich mal. Wo? Irgendjemand noch? Du. Ich habe doch letztens immer bekommen. Wo ist das? Wo ist das? Wo sollen wir irgendwie anderen nach mir? Da sehen wir ja mit. Da sieht auch gut aus. Wann habe ich letztens noch? Weiß nicht. Ich habe ja irgendwas anderes noch. Komm, letztens. Das ist alles von den DLC ist ja, oder? Also, da wird wahrscheinlich hier sein. Monockel. Ja, okay. Klar, ich kann den Monockel nicht gehen, weil er so viel hat. Da registrieren wir mal. Das ist jetzt hier die ganzen Sachen. Normale Sachen. Ich fahre mit dir so rum. Wenn es ein bisschen farbenfroh aussieht. Schön. Gut. Jetzt sind wir wieder normal. Und ich weiß auch schon, wo es weiter geht. Ich meine, ich weiß ja nicht. Wo drei, vier Parts oder so ist das erste Mal hier war, habe ich gesehen, dass hier nur so ein Weg ist, der nach oben geht. Hier meine ich. Da war ein Fragezeichen. Da geht es weiter. Dann gehen wir da hin. Ich finde es richtig doof, dass ich hier nicht schneller rennen kann. Aber egal. Mir die Bosse habe ich alle weggebußen. Das heißt, so viel kann eigentlich nicht mehr kommen. Also, gebietmäßig. Nehme ich jetzt mal an. Äh, muss ich hier. Weil. Weil. Also nicht. Ich muss ja ein paar Gebiete haben, um irgendwelche zu finden. Oder macht gar keinen Sinn. So. Wie komme ich jetzt nur da hoch? Na, da rechts einfach. Gut. Da unten ist dann. Okay. Ich dachte, das geht nach oben. Sagst du jedes Mal, aber jedes Mal ist er immer noch auf 30 31. Bei denen dauert das irgendwie so lange habe ich das Gefühl. Ja. Da geht es weiter. Glaube ich. Da ist eine Fragezeichen. Also muss ich da weitergehen. Bin gespannt. Waren wir da schon mal? Da steht Fragezeichen. Und da wartet etwas auf uns. Da stand gerade jemand. Da habe ich mir nicht eingebettet oder so. Da stand vorhin jemand von den ganzen Leichen. Was? Da gibt es einen großen Schweren. Wie soll ich das tun? Was? Was? Ich bin der Mann. Ich bin ein Schweren. Was? Das ist ein Schweren. Naira, die Leidenschaft des Leidenschaft. Lippo? Das war's für mich. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Miu-Zu! Glückwunsch, Miu-Zu. Ich glaube, dass du dein Wettbewerb wird. Danke. Der Kugel ist bei einem Bundeskanzler, Miu-Zu. Wenn nur die Vögel yaptet, dann sei es. Der Kugel ist aus Schlepp. Ten unterm�los. Miu-Zu. Bges, unser Schlepp. Der Kugel wäre toll, bitte. Aber das ist ein Schlepp. Also, die Sonne des Südbewerb. Hö-Zu. Hold on... So... ...we're the last one... Muses starb, Alton... Hehehe... What's something... Oh my god... Okay... So, Mikliel, du hast nicht zufällig... ...die Simone... ...hat zufällig gesehen, als du da... ...leiten geguckt hast... ...nein, okay... Vielleicht sind auch alle weg... Okay... Das war jetzt vielleicht nicht die erste Wahl, die ich mit der... ...gemacht hätte, aber... ...lassen wir... ...lasst mal Mikliel... ...mach mal da will... ...der trägt mit Sonnenwolle, mit dem lege ich mich nicht an... ...er ist zu viel Swag... ...sieht aus wie diese optionale Dungeon-Otel-Exceler 2... ...diese eine Büste... ...oh mein Gott... ...keine Karte... ...so was von verloren... ...Hallona... ...so das einzige Viech hier... ...okay, dann mache ich dich fertig... ...Hydran... ... hè... ...oder... ...her... ...kann er wegt... ...ix was ja... ...wir sind wir müssen... ...ihm... ...çoktor... ...mau Teater... ... explabert reaktion... ...BE г... ...wir... 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 sehe ist noch dann sagt sowas von die optionale dann von r2 jedenfalls eine ein teil davon keine siegesquoten ja ich habe keine karte ich habe erledigt die wieder einmal erledigt und hier kann ich nicht weiter auf eine monolithen zurück direktiert mein herz und fakt vor jedes mal wieder aktionspunktsuche ja angeht mich an so ein ding vorbei dünning 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 wo bist du sagst du es war kurz meint das ernst zu blöd ich muss ja auch alle gegner erledigen da du siehst so verdächtig aus kann ich immer nicht alles nicht selbst mache ich einfach alle gegner hier platt also ganz stimmst in der logik ja das ist noch so ein viech da ist neues wie ich sollte den gegner irgendwie zu folgen herkommen hat zum teifel was den anderen angriff einsetzen das ist auch eine misgeart ich will meine zwei zehn vier treffer kommen wobei normalen starten mit es ab 5 ich dachte dinge ist ja damit wir ja schon so ein misst doch an zu sehen stimmt okay vielleicht auch nicht vielleicht die von diesel aber glaube ich nicht wird ja auch noch drei gekostet simon wo bist du die sind genau so geklappt aus wie wir man 96 oh mein gott die rose hat 666 66 66 nicht schon extrem ich glaube ein bisschen überpowered weil die ziel mir gar nichts ab 8000 erfahrungspunkte okay aber da kann es auch etwas stärker sein was Es ist schon schwer, wenn ich nicht in den Hügel bin. Ja, aber ich kann es nicht so schwer. Aber... Ich glaube, es ist so schwer. Das ist aber... Aber wir müssen nicht weitergehen. Ach so... Es ist wichtig, dass ich nicht zu verlieren. da sind gegner ist beim steuer ich warum hat sich die truppe schon wieder erinnert nein möchten auf immer die den jetzt zu wechseln die charaktere ich weiß aber weil das wagen auf mich zuzukommen ja ich habe jetzt auch viel erfahrungspunkte bekommen für diesen kampf wenn ihr mich fragt sklaven schatten der name sagt mir nix es ist aber nicht gut ich bin etwas zu stark mit leo erinnern war irgendwie von am abspacken deine ecke haben wir hat angriff 210 oh mein gott dafür 47 fokus weg aber dafür tausend deswegen hasse ich dass ich nicht viel gefußt habe ich denke für so ein luxus nicht die ganze zeit von den gegner weg rennen und da war normen aus dem weg warum hast du so wenig blau blasen schielt okay also von standhaft ich habe beim wirken direkt antragspapiere was die gehen so viel ohne sonnenbrille mit leo normen thema die man ja mal seine augen die ist schon besser da habe ich schon alle 50 normen ich weiß nicht ich glaube ich mal gucken wer macht denn immer diese regen ja an wenn solche großheidsgebiet hier sind konzentriert nein danke sehr gut tschüss boah man kann immer so schadenfreudig wenn er irgendetwas sagt kirknes todesblatt sehr ergiebig hier habe ich das gefühl verteidigungen wo aber das ist ein dazwärter ich weiß nicht war schon wenn leider irgendwann als wanted mit ihren art angriffen weg wird dann nein das ist ja nervig ich noch keine sender nur weg so kacke ist doch nicht jetzt hier vorbei ich werde dann gleich noch mal zurückgehen und speichern ich werde sogar den erstes landes in aufleveln habe ich das langsame laufen ja voll aufregt in dem sinne sage ich dann vielen dank fürs zuschauen und tschüss bis zur nächsten folge